Guten Tag und herzlich willkommen bei LockyNox. In diesem Video werde ich Ihnen eine vereinfachte Methode zur Programmierung des elektronischen Codeschlosses Valentino vorstellen. In diesem elektronischen Codeschloss haben Sie die Möglichkeit, sieben Parameter zu konfigurieren. Der erste Parameter ist die Änderung des Mastercodes, des PIN-Codes, wie Sie ihn zum Beispiel von einem Telefon kennen. Es ist wichtig, ihn zu ändern, da alle Valentino-Schlösser ab Werk mit dem Code 12345 ausgeliefert werden. Es ist deshalb wichtig, diesen Code direkt zu ändern, da ansonsten jeder, der ebenfalls ein Valentino-Schloss besitzt, die Programmierung bei sämtlichen Valentino-Schlössern ändern könnte. Vergessen Sie also nicht, den Master-PIN-Code zu ändern. Es ist jedoch auch möglich, mit einem Schlüssel in die Programmierung eines Valentino-Schlosses zu gelangen. Ganz einfach, Schlüssel einstecken und 15 Sekunden in Schließrichtung drehen und halten, so erreiche ich den Programmiermodus. Dann PIN ändern. Zweitens, das Erstellen eines Codes oder 100 Codes, da wir bis zu 100 Codes programmieren können, um Ein- und Ausgänge zu gewähren. Ich werde den PIN-Code ändern, einen PIN-Code erstellen und das, was wir einen permanenten Code nennen, erstellen. Ein permanenter Code bedeutet, dass, wenn ich ihn eingebe, der Drücker des Schlosses dauerhaft geöffnet bleibt, also ein Dauer-Auf-Code. Solange Sie den permanenten Code nicht wieder eingeben, bleibt das Schloss geöffnet. Also, ich gebe ihn einmal ein und es bleibt offen, bis ich den permanenten Code erneut eingebe. Sie können ebenfalls programmieren, was wir einen freien Ausgang nennen. Diese Funktion ermöglicht, beispielsweise an einem Drehkreuz durch Drücken eines Tasters das Schloss zu öffnen. Also, ich drücke einen Taster und betätige den Griff und kann durchgehen. Das ist der freie Ausgang. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, das Schloss auf Werkseinstellung zurückzusetzen, was bedeutet, dass Sie alles, was im Speicher des Schlosses ist, löschen. Los geht's! Wir gehen in den Programmiermodus und ich zeige Ihnen, wie einfach es ist, das Schloss zu programmieren. So, wir werden nun in die Programmierung der Valentino-Serie einsteigen. Sie werden sehen, wie einfach es ist. Zuerst ändern wir den Master-PIN-Code. Der Master-PIN-Code oder der Master-Code ist der Code, der Ihnen den Zugang zur Programmierung ermöglicht. Es ist wie bei Ihrem Telefon, ein Geheimcode. Der Standard-Code der Valentino-Serie ist 12345. Diesen müssen Sie unbedingt ändern. Wie das? Sehr einfach. Sie drücken und halten fünf Sekunden lang die Raute-Taste. Wie Sie sehen, ist mein Code-Feld nun eingeschaltet. Alle meine Tasten sind beleuchtet. Wenn Sie loslassen, beginnt die Raute-Taste zu blinken. Ich gebe 1, 2, 3, 4, 5 ein und bestätige dies. Bitte bestätigen Sie immer den Code und die Parameter, die Sie eingeben. Ich wähle nun Programmierpunkt 9 aus. In Punkt 9 können Sie den Master-PIN-Code ändern. Hier wählen wir zum Beispiel die Zahlen 2, 3, 4, 5 und schließlich 6. Ich bestätige den neuen Code mit der Raute-Taste. Dann gebe ich den Code erneut ein und bestätige diesen ebenfalls. Ein neuer Code muss immer zweimal bestätigt werden. So, ich habe nun meinen neuen Code eingespeichert. Es ist 2, 3, 4, 5, 6. Um den Programmiermodus zu verlassen, drücke ich ganz einfach fünf Sekunden lang auf die Taste C. Diese hier wird es ermöglichen, den Programmiermodus zu verlassen und Sie sehen nun, dass meine Code-Tastatur beleuchtet ist. Um in den Programmiermodus zu gelangen, gibt es zwei Wege. Ich habe es durch die Eingabe des Master-PIN gemacht. Sollten Sie diesen vergessen haben, gibt es noch eine zweite Möglichkeit. Wir machen das jetzt mal gemeinsam. Bitte drücken Sie für fünf Sekunden auf die Raute-Taste. Die Code-Tastatur ist nun nicht mehr beleuchtet und die Raute-Taste beginnt zu blinken. Dann drehen Sie bitte den Schlüssel in Verschlussrichtung und halten diesen für zehn Sekunden. Sehen Sie? Nun blinkt meine Raute-Taste nicht mehr und ich bin im Programmiermodus wie bei der Master-PIN-Eingabe. So, jetzt erstellen wir einen Code. Das ist sehr einfach. So einfach wie die gesamte Programmierung des Valentino. Um in den Code-Erstellungsmodus zu gelangen, muss ich die Ziffer 1, entschuldigen Sie, auf die Taste 1 drücken. Wie Sie sehen, ist Taste 1 und die Raute-Taste beleuchtet. Das zeigt, ich bin nun im Programmiermodus. Nun erstelle ich einen Code. 5474. Ich habe gerade eben einen neuen Code 5474 programmiert. Vergessen Sie nicht, dass Sie Ihren neuen Code tatsächlich immer ein zweites Mal mit der Raute-Taste bestätigen. Also, ich bin drin. Der Code 5474 ermöglicht nun einen Eingang und einen Ausgang. Und woran erkenne ich das? Nun, weil die Ziffern 3 und 8 jetzt tatsächlich dauerhaft leuchten. Sie leuchten dauerhaft. Und warum? Das bedeutet, dass der Code für einen Ein- und Ausgang funktioniert. Wenn zum Beispiel nur die Taste 3 blinkt, muss ich die Taste 3 auswählen. Die Taste 3 ist zuständig für den Ausgang, also für die gegenüberliegende Seite meines Code-Feldes. Die 8 ist meine Seite und die 3 die gegenüber. Da die 3 nicht ausgewählt ist, bedeutet das, mein Code 5474 funktioniert nur auf meiner Seite. Da ich aber möchte, dass er von beiden Seiten funktioniert, drücke ich auf die Taste 3. Beide Tasten sind nun ausgewählt. Wenn alles so eingestellt ist wie gewünscht, werde ich durch das Drücken der Raute-Taste meine Auswahl bestätigen. Ich habe nun meine Auswahl 3 und 8 bestätigt. Nun möchte ich den Programmiermodus verlassen. Dafür drücke und halte ich die Taste C für 5 Sekunden. Wie Sie sehen, haben nun alle Tasten aufgeleuchtet. Nun überprüfen wir, ob alles funktioniert. Wir geben unseren Code ein. Wie Sie auch sehen, ist mein Drücker noch blockiert. Also 5474 eingeben für Ein- und Ausgang und wie Sie sehen, funktioniert es wirklich. Es ist sehr einfach, wir haben also gerade einen Code auf Geld. Das funktioniert mit den anderen 100 genau so. Es ist die gleiche Vorgehensweise. Ich starte immer am Anfang der Programmier-Ebene. Ich drücke und halte also immer zu Beginn die Raute-Taste. So, ich drücke auf die Raute-Taste und zack, ich bin im Programmiermodus. Ich gebe meinen Master-PIN-Code ein, 2, 3, 4, 5, 6 und bestätige. Ich befinde mich jetzt im Programmiermodus. Jetzt werde ich mit der Ziffer 2 einen Dauer auf Code programmieren. Jetzt bin ich im Dauer auf Code Programmiermodus. So nennen wir einen dauerhaften Ausgangs- oder Eingangscode, je nach Wunsch. Welchen Code sollen wir erstellen? Wir erstellen einen einfachen Code 6, 7, 8, 9 mit Raute bestätigen, 6, 7, 8, 9 und nochmals bestätigen. So, ich habe nun einen Dauerauf-Code mit den Zahlen 6, 7, 8, 9 nach der zweiten Bestätigung erfolgreich erstellt. Er funktioniert auf beiden Code-Feldern. Beidseitig besteht also nun eine Dauer-Ausgangs-Funktion. So lassen wir es. Ich bestätige also meine 3 und 8. Da sie nun beide ausgewählt sind, leuchten 3 und die 8 auf meiner Seite. Nochmal zur Wiederholung. Die 8 ist immer auf meiner Seite, die 3 stets auf der Gegenseite des Tores. Wenn die jeweilige Ziffer leuchtet, bedeutet das, dass sie ausgewählt ist. Ich bestätige dies dann mit der Raute-Taste. Nun habe ich auch einen dauerhaften Code erfolgreich erstellt. Wir werden ihn direkt testen. Dafür verlassen wir den Programmiermodus, indem man 5 Sekunden die Taste C drückt. Nun versuchen wir es. Wie war der Code? 6, 7, 8, 9. Erinnern Sie sich noch? Mein Drücker ist noch blockiert. Also, los geht's. 6, 7, 8 und 9. Eingeben. So, mein Drücker ist nun frei. Dauerhaft frei. Solange ich den Code 6, 7, 8, 9 nicht erneut eingebe, wird mein Drücker frei bleiben. Das ist das Prinzip des Dauer auf Code. Ein weiterer Parameter des Valentino-Schlosses ist das, was wir den Timer, die Sperrfunktion, nennen. Was ist die Sperrfunktion? Das ist einfach. Wenn Sie den Code eingeben, wird Ihr Drücker und das Schloss entriegelt. Aber für wie lange? Das können Sie einstellen. Es können 5 Sekunden, 30 oder sogar eine Minute sein. Aber wie stellt man das ein? Sehr einfach. Wie immer starte ich den Programmiermodus. Ich drücke also etwa für 5 Sekunden auf meine Raute-Taste. Sobald diese zu blinken beginnt, gebe ich meinen Master-Pin-Code ein. Ich bestätige und gehe jetzt in den Timer-Modus. Das ist die Taste 3. Wie lange genau möchte ich, dass mein Drücker und Schloss offen bleibt? Nach wie viel Zeit soll es wieder automatisch sperren? Es ist ganz einfach. Hier zum Beispiel werde ich 10 Sekunden einstellen. Ich drücke dafür die Taste 1 und die Taste 0. Das sind 10 Sekunden. Wenn ich 15 Sekunden haben wollte, also die Taste 1 und 5. Sobald ich die Zahl, also die Zeit, in Sekunden eingegeben habe, bestätige ich mit der Raute-Taste. Es ist äußerst einfach. Dann verlasse ich wieder den Programmiermodus. Dafür drücke ich 5 Sekunden lang C und voilà. Ich bin nun raus und ich weiß, dass der Drücker und das Schloss gesperrt sind. Sobald ich nun den Code eingebe, bleibt mein Drücker für die eingestellte Dauer geöffnet. Nur zur Erinnerung. Ihre Code-Tastatur ist mit einer kleinen Batterie-LED ausgestattet. Diese LED blinkt, wenn die Batterien schwach werden. Sie haben dann noch ungefähr 5000 bis 10.000 Zyklenzeit, bevor die Batterien gewechselt werden müssen. Die Batterien zu wechseln ist sehr einfach. Im Grunde machen sie dasselbe wie bereits bei der Installation. Das heißt, Sie schrauben hier die Schraube heraus, heben Ihre Edelstahltastatur an, sehen nun ein zweites, wasserdichtes Fach, was Sie ebenfalls aufschrauben und gelangen so zu Ihrem Batteriefach. Vergessen Sie bitte nie, das Batteriefach innen am Gehäuse anzuschrauben. Ich danke Ihnen und sage bis bald. Aber jetzt bitte nicht. Und Chrome. Ich komme jetzt wieder hin und langusive. Und dann wird sie gut innen. Ich nehme zu fühlen. Ich erlebe es理�er mich, weil ich alleszinho in die chipmine Programme begleert habe. 배 Rei Isso Computamilatural durch. Und dann wird sie das könnte ungefähr das erste Malen zu organisieren.